Zwei haben wir noch. So. Fetter 93. Wird leben für 21 Monate. Eins ist mindestens noch. Ach dieses äh. Ja ich. Ja achso. Ähm. Ich komm grad nicht auf den Namen wie das Spiel hier heißt. Ich hab das aber letztes Mal auch bei einem gesehen. Sah geil aus. Doch. Hab mal ne halbe Stunde reingeguckt. Dann hab ich irgendwann später nochmal geguckt. Alles voll gebaut. Sah ganz geil aus. Oh. Also ist es quasi nur das hier ne. Was nach dem Winter denn stirbt. Pfff. Hier auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal ob wir noch irgendwo eins hören. Können. Oder sehen. Hier ist noch eins. Okay jetzt weiß ich nicht ob wir. 18 Monate. Ich glaube wenn wir das. Wenn das weg ist. Oder wir das verkauf kriegen. Wir holen es gleich wieder neues. Glaube nicht dass das nötig ist. Wir haben dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6 mit 1 sind tot. Ist jetzt gerade aktuell 7. Wenn sie dann mal weg sind. Sag mal 6. Das reicht doch vollkommen aus. 6 Hühner. Hä? Wir sind noch eins. Ne. Das reicht vollkommen aus. Oh ja. Oh fünn. Ja. Immerhin. Ja. Zwölf Uhr. Wie schön. So die Kisten auch wechseln. Die Hühner da haben auch. so ganz ruhig und brav sitzen äh ach geht jetzt auch noch Holz also Holz aber noch einiges ach hier aber ich denke mal das geht auch ruckzuck weg ah für drei Monate könnte das auch weg aber trotzdem rufen wir uns kein neues das reicht vollkommen aus 13 Eier haben wir haben wir hier noch welche gehabt ne dann würde ich die jetzt auch mal hier lassen da würde ich mir gerne welche von mit mitnehmen da machen wir 12 hier ist noch eine Lampe können wir mal irgendwo platzieren hier haben wir hier haben wir keine dann machen wir die hier hin noch eine ich glaube die stackt da nämlich nicht vier stunden okay würde zwei stunden mal knacken gehen also die können wir eigentlich schon wieder freilassen alter wie ausrastet hey der kommt verkauft der wird verkauft und der aber das ist hungernd und das ist hungrig das ist schlecht was mit ihm darum ist doch das fressen ewig leer logisch logisch weizenkörner haferkörner weizen oder hafer so nehmen wir mal acht so ist auch viel so wollte es gerade schon wieder einsammeln wenn ihr in den kompasshaufen rein rennt sind kein wunder so achso ne nicht ah nein vier stunden drei schlafen will ich ja eigentlich nicht aber jetzt wird es ja eh winter und ja sonst ist ja jetzt gerade nichts das wird ja noch anders wenn man mehr tiere noch haben irgendwann würde die zeit bestimmt nicht mehr reichen tagsüber jetzt ist alles vergammelt stunde reif für die ernte der hier ist vergammelt also die sind halt nichts geworden zwiebeln alle nicht aber wir kriegen halt mit ein bisschen glück was tolles wieder zurück die sind beide verrottet stehe ich nicht schade ja gut die fehlen man auch so aber die sind halt so teuer gewesen sind sie einfach schrott und ich kann die auch nicht entfernen aber neu anpflanzen ist glaube ich nicht mehr oder ich gucke gleich mal nehmen wir mal den mais doch geht noch also garotte hallo heins guten abend grüß dich na wie geht es dir heins auf diesen so geilen sonntag heute so die ziegerten nehmen wir nicht mit doch die nehmen wir mit wir lassen das brecheisen hier und die axt die nimmt uns wieder platz weg beziehungsweise gewicht das nehmen wir mit wir gucken jetzt mal kurz rein was wir da noch haben was wir mitnehmen wollen können es ist samstag ja ja weil ich in der kirche war das ist die weißt du aber ich würde nicht alles verkaufen zwei würde ich wieder behalten davon 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 2 davon 2 davon 4 ja so ja rennt geht schon kaum ne wir versuchen das jetzt immer mit der karre da ja jetzt tatsächlich wegen der taufe dachte ich gerade es ist sonntag gibt es doch nicht 24 24 das nimmt uns am meisten weg der kohl auch so zumachen ja ich würde schon damit euch weit gehen ähm will halt noch ein paar bären pflücken ne muss man halt immer absetzen wieder nehmen wieder absetzen wieder nehmen ne lol ich hätte dir sogar glaubt dass sonntag ist ui 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 das ist aber schon gerade so vielleicht der Heinz scheiße warum wir da arbeiten hehehe mal ein bisschen entspannter hier durchgehen weiß ich ob das ihm rausfliegen kann ich bin mir da nicht so sicher da wo wir denken ok mal ein bisschen gucken oh verdammt wir sollten hin machen nein ach ist ja egal den geben wir halt ach guck stimmt die Zeit war ja nicht dann gehen wir halt einfach gucken einfach nur mal schnell hier nach ein paar sachen dann gehen wir halt nächsten morgen noch einmal schnell hin ist ja jetzt auch nicht so wild ist sie jetzt auch nicht so schaffen wir nicht ich glaube um 19 Uhr sind die da eh weg in dem Dorf dann machen wir das lieber so ist sie jetzt Hence die hat man sich auch nicht denn jetzt ziehen Aber ja, wie geht's dir, Heinz? Soweit alles gut bei dir. Man muss dann wirklich gucken, wenn man nächstes Mal anpflanzt, dass man zu einer anderen Zeit anpflanzt, ne? Dass die vormittags am besten fertig sind, gleich wenn du wach bist. Ja. Ja, komm, dann gehen wir nach Hause, wir müssen ja die Tiere auch noch reinbringen. Nächstes Tag machen wir uns dann auf den Weg nach der Helikon. Aber da machen wir damit schnell Reise hin. Da machen wir jetzt gleich eine schnell Reise. Wir müssen mal gucken, ob wir da wirklich das Geld noch zusammenkriegen für die. Für die Berechtigung. Bleibt das da drauf oder wird mir das geklaut? So, die Tiere einmal rein. So, du da hinten rein. Ja, alles cool, ein bisschen unproduktiv die letzten Tage. Das zieht ein bisschen runter, aber ich habe wieder viel mit Freunden gemacht. Oh, das fiel das Ganze gut auf. Wie sieht es bei dir aus? Äh, Freund, was ist mit Freundenunternehmen? Wichtig, absolut wichtig. Bei mir sieht es soweit ganz gut aus. Mir geht es gut. Äh. Oh nein. Ich friere auch tatsächlich nicht mehr, weil es ist ja momentan nicht mehr kalt draußen. Also ist es auch nicht schlimm, dass die Heizung hier nicht geht. Ähm. Du da rein. Du hier rein. Du kommst auch mit. Gut, komm. Guck mal, was trinken da. Guck mal, die wollte ich auch mitnehmen. Scheiß drauf. Wird eh nix. Den kann ich ja den Wagen nicht ziehen. Das wäre denn auch doof. Ach, hier kommt den Einpilz. Können wir hier lassen. Müssen wir aber nicht umschleppen. So. 6 Uhr 23. Ah, nee. Wir müssen da zu Fuß hin. Wegen den ganzen Klamotten. Einen kleinen Blick. Wegen den ganzen Klamotten. Kriegen wir sonst alles nicht mit. Ja, ich weiß. Aber wir gehen da so... So rüber jetzt. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Sollte vielleicht doch nochmal eine Stunde schlafen gehen. Auch geil, dass du hier pennen kannst, wann du willst und so lange wie du willst. Ich könnte mich quasi ins Bett legen und nur pennen. Immer wieder. Immer wieder. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Also, das habe ich nicht gesehen. Das bandet auch direkt wieder. Vorgestern hast du gestreamt? Wandeln? Zurück können wir auf jeden Fall uns teleportieren in die Stadt. Den Wagen können wir denn da stehen lassen? Weiß ich, ob ich mich auch so teleportieren könnte. Weiß ich nicht. Müssen wir versuchen. Wenn nicht, kann ich den ja auch stehen lassen. Wäre jetzt auch nicht so wild. Wird noch Schrott rum. Beren. Würde ich, also mehr als 50 würde ich da schon gerne haben wollen, Freunde. Sorry, vor drei Tagen gegen Abend. Wie jetzt, denke ich. Ah, dann war ich wohl gerade zu der Zeit auch live gewesen. Du sollst auch nicht, Mann. Gott sei Dank, der bleibt das Ding nicht überall an jedem Strauch hängen. Würde ich gerne noch ein paar haben wollen. Ich glaube schon, dass wir auch so auf unser Weg kommen. Was war das denn? Das war gerade ein Backflip. Habt ihr das gesehen? Geil. Geil. Ich denke mal, ich habe den Wagen nicht. Das hört sich so an, als wäre ich hier nicht ziehe. Jetzt wieder. Okay, gut. Ja. Ich habe mal gesehen, hat einer empfohlen, die ganze Zeit am Marktplatz... ...Hasen wegzumachen und den gleich zu verkaufen. Ja, bist du ja auch begrenzt. Du kannst dir auch nur eine bestimmte Anzahl am Tag verkaufen davon. Du kriegst jetzt nicht so unglaublich viel Asche für, aber es ist eine Möglichkeit. Aber da finde ich hier Bären verkaufen, geiler. Du kriegst deutlich mehr Geld für. Ich bin jetzt mal richtig. Ups, wieder da. Ups, okay. Bleiben wir hier ein bisschen an der Seite noch. Ist das das Neue? Teil und Blick YouTube, ich bin sofort wieder da. 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 Ich bin sofort wieder da.